Vor kurzem ist FAB rausgekommen, das ist der neue Marktplatz von Epic Games, der ersetzt jetzt den Unreal Engine Marketplace, das heißt, wenn ihr in euren Epic Games Launcher geht, dann seht ihr, dass der Unreal Engine Marketplace gar nicht mehr da ist und wir jetzt stattdessen hier diese FAB Webseite haben und wir werden uns heute anschauen, wie wir Assets von FAB in unser Unreal Engine Projekt importieren können. Und eine Sache, die besonders wichtig ist, ist hier, get all Quixel Megascans for free. Bisher konnte man nämlich Quixel Megascans in Unreal Engine Projekten komplett gratis benutzen, aber bei FAB gibt es jetzt ein paar Änderungen, denn FAB ist nicht nur für Unreal Engine, sondern zum Beispiel auch für Unity und andere Game Engines. Wir können jetzt aber noch bis Jahresende, also noch knapp zwei Monate, uns alle Quixel Megascans gratis abholen. Dafür könnt ihr einmal auf Learn More klicken und hier sollte dann bei euch ein Claim Button sein. Bei mir habe ich das jetzt schon geclaimed. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, macht das auf jeden Fall jetzt, denn ihr bekommt 17.000 Assets gratis und das Ganze geht, wie gesagt, nur bis Jahresende. Das heißt, auch wenn ihr vorhabt, irgendwann in Zukunft Spieleentwicklung zu betreiben, dann habt ihr dadurch schon mal einen großen Vorteil. Es wird auch nächstes Jahr noch ein paar Sachen gratis geben von Quixel, aber der Großteil, also diese 17.000 Assets, die gibt es wie gesagt nur bis Jahresende. Hier unten könnt ihr euch noch einmal das FAQ durchlesen, wenn ihr wollt, aber wir schauen uns jetzt an, wie wir diese ganzen Assets von FAB denn jetzt eigentlich in unser Unreal Engine Projekt bekommen können. Wenn ihr hier im Epic Game Store auf Library geht, dann solltet ihr hier unten noch ganz normal eure Sachen sehen, die ihr im Unreal Engine Marketplace gekauft habt und die sollten mittlerweile auch hier oben bei My Library verfügbar sein. Aber beachtet hierbei, dass FAB wie gesagt noch ganz neu ist und dass einige Sachen vielleicht noch ein paar Tage brauchen, bis sie wirklich vollständig funktionieren. Und weil FAB eben noch so neu ist und das Ganze erst kürzlich rausgekommen ist, müssen wir auch noch ein bisschen auf die offizielle FAB-Integration für Unreal Engine warten. In der offiziellen Ankündigung steht noch, dass diese FAB-Integration erst coming soon ist, also bald kommt. Und wenn die dann da ist, dann können wir bei Window einfach hier auf FAB gehen und das FAB-Plugin aufmachen. Wenn ihr das FAB-Plugin allerdings jetzt schon aktivieren wollt, dann könnt ihr hier in euren Epic Game Store gehen auf Library und dann hier unten nach FAB suchen. Hier solltet ihr dann das FAB-Plugin sehen und könnt dann hier auf Install to Engine drücken. Ich installiere das jetzt mal für die Version 5.5, damit haben wir auch in der Tutorial-Reihe gearbeitet und drücke hier auf Installieren. Und nachdem ihr das gemacht habt, müsst ihr wahrscheinlich eure Engine einmal neu starten. Wenn ihr jetzt hier auf Install to Plugins geht, dann solltet ihr hier das FAB-BUE-Plugin sehen. Und wir klicken dann hier wieder auf Launch, um das Ganze wieder zu starten. Und jetzt sind wir hier wieder in Unreal Engine und wenn wir auf Window gehen, dann sehen wir hier unten schon FAB. In Zukunft sollte das wie gesagt schon standardmäßig hier unten sein und ihr müsst das nicht mehr im Epic Game Store aktivieren. Aber hier haben wir es jetzt auf jeden Fall. Und hier sehen wir jetzt auch schon eine Auswahl an Assets und ich würde vorschlagen, das Fenster hier einmal hier oben hinzuziehen, damit wir das ein bisschen größer anschauen können. Und wenn ihr hier oben auf diese drei Striche geht, dann könnt ihr hier auf My Library klicken und dann seht ihr alles, was ihr persönlich besitzt. Und wenn ihr dann hier in eurer Library drin seid und dann irgendwo drauf klickt, dann könnt ihr dieses Pack auch mit einem Klick zu eurem Projekt hinzufügen, wenn ihr hier auf Add to Project klickt. Was ihr hier jetzt allerdings noch nicht seht, sind Quixel Megascans und das liegt einfach daran, dass FAB noch so neu ist. In den nächsten paar Tagen solltet ihr die Quixel Megascans auch hier bei My Library sehen. Wenn wir jetzt allerdings Quixel Assets haben wollen, dann müssen wir aktuell noch die Quixel Bridge öffnen. Hier, wenn wir auf Window gehen und dann auf Quixel Bridge, aber in Zukunft solltet ihr das dann auch über FAB machen können. Da kann ich auch gerne nochmal ein Video zu machen, wenn dieses FAB Plugin wirklich fertig ist, aber aktuell können wir das hier über die Quixel Bridge noch machen. Und hier gibt es wirklich alles von Materials, zum Beispiel hier von der Wüste oder Wüstensteine oder irgendwelche Pflanzen oder Bäume. Da können wir uns wirklich alles downloaden und hinzufügen und das könnt ihr euch wie gesagt gratis claimen. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel die 3D-Modelle mal angucke, dann kann ich mir hier irgendwas aussuchen, zum Beispiel diesen tollen Stein hier. Und wenn ich hier draufgehe, dann kann ich ihn einmal downloaden, das habe ich jetzt in meinem Fall schon gemacht und dann auf Add klicken und dann wird er zu eurem Projekt hinzugefügt. Hier könnt ihr euch noch verschiedene Qualitätsstufen auswählen. Niedrige Qualität, Verbrauch weniger Speicher und Höhere Qualität, Verbrauch mehr Speicher. Und dann gibt es noch die Nanite-Qualität. Nanite ist das neue Feature von der Unreal Engine 5. Das werden wir uns in einem Video auch nochmal genauer angucken. Aber hier könnt ihr jetzt erstmal eine Qualität auswählen und dann zu eurem Projekt hinzufügen. Und wenn ihr dann auf diesen Add-Button geklickt habt, dann wird in eurem Content-Browser ein neuer Megascans-Ordner erstellt. Hier haben wir dann 3D-Assets und diesen Wüstenstein. Und den können wir dann einfach hier in unsere Welt ziehen. Und hier haben wir jetzt einen riesigen Wüstenstein. Mit diesem Objekt können wir auch alles machen, was wir mit anderen Objekten machen können. Das heißt, wir können das Ganze hoch und runter skalieren. Und wir können das Ganze natürlich verschieben oder auch ganz normal drehen. Und wenn wir das Spiel dann starten, dann haben wir hier einen schiefen Wüstenstein. Und so einfach könnt ihr Quixel Assets in euer Projekt importieren. Wie gesagt, bei Quixel gibt es nicht nur 3D-Modelle, sondern auch Materials. Das heißt, ihr könnt dann euch einen Wüstenboden einfach downloaden und statt dem Gras, das wir aktuell haben, dann hier so einen Wüstenboden hier hin machen. Und wie gesagt, in Zukunft, wenn das Fab-Plugin fertig ist, dann wird das hier alles über dieses Fab-Fenster gehen. Wie wir diese ganzen Quixel Assets am besten benutzen können und auch wie wir solche Pflanzen bei uns einbauen und auch über die Landschaft malen können, das schauen wir uns in den nächsten Videos an. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge.